Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Ich hatte euch bei YouTube abstimmen lassen und auch bei Instagram. Da ging es darum, ob ich mich mal in längeren Folgen, weil das würde wirklich nur längere Folgen betreffen, mich mal zeigen soll bei den Fällen, so wie im Fall von Nicole Denise Schaller. Das ist ja schon einige Zeit her und das eben ab und zu mal mache, nicht jetzt regelmäßig, aber dann, wenn ich halt denke, dass es gut wäre, schreibt mir sonst gerne auch nochmal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Da würde ich mich sehr drüber freuen, denn dann würde ich mir nämlich auch andere Technik besorgen, wie in dem Video von Nicole Denise Schaller. Und ich freue mich auch nach wie vor über Fallvorschläge, immer gerne an die E-Mail-Adresse oder auch per Instagram. Und was ich auch noch sagen wollte, es gibt auch bald wieder mal längere Folgen. Momentan sind die immer relativ kurz, weil es eben auch nicht mehr zu den Fällen teilweise gibt. Aber ich habe manchmal auch sehr viele Termine und muss ja dann auch irgendwie meinem YouTube hier noch gerecht werden, beziehungsweise meinem Podcast. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man längere Fälle präsentieren möchte, sind die natürlich auch sehr umfangreich. Und manchmal bleibt einfach wenig Zeit dafür. Aber das wird auch alles wiederkommen. Und jetzt habe ich noch etwas, was ich sagen wollte, ganz kurz. Ich weiß, heute ist das Intro relativ lang, aber das wollte ich unbedingt noch loswerden. Ich musste in letzter Zeit immer mal wieder Kommentare auf meinem Kanal löschen, weil diese ziemlich unter die Gürtellinie gegangen sind. Also achtet bitte darauf, was ihr schreibt. Bleibt auf jeden Fall respektvoll in den Kommentaren, weil ich die sonst leider löschen muss. Ihr müsst halt auch immer daran denken, es lesen auch Angehörige diese Kommentare, die vielleicht meine Videos oder meine Podcasts sich anhören. Und deswegen kann ich teilweise solche Kommentare dann nicht unter den Videos stehen lassen oder unter den Folgen. So, und das war es auch schon. Jetzt starten wir mit dem heutigen Fall. Ich glaube, dass der heutige Fall manchen von euch sehr unbekannt sein dürfte. Es ist ein Fall aus dem Jahr 2017. Und auf diesem Fall wurde ich mal wieder aufmerksam durch den Blog Germans Missing. Den verlinke ich euch auch mal. Da sind etliche Kriminalfälle zu finden aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist wirklich eine super Seite, wenn man mal auf der Suche nach Kriminalfällen ist. Und zwar geht es heute um den Fall Stefan M. Stefan war damals 34 und lebte im Leipziger Stadtteil Plagwitz. Über Stefans Privatleben ist nur sehr wenig bekannt. Oft erzähle ich ja auch gern mal ein wenig über die Opfer und wer sie so gewesen sind, was sie so ausgemacht hat, aber das kann ich in diesem Fall leider fast gar nicht machen. Ich kann euch nur sagen, dass Stefan in der Eduardstraße 1 in Leipzig lebte, bei DHL gearbeitet haben soll und eine Freundin hatte. Übrigens wurde wegen dieser Informationen DHL und auch, dass er eine Freundin hatte, laut einem Bericht der LVZ eine Polizistin angeklagt, da sie wohl unter anderem wegen diesen Informationen interner ausgeplaudert haben soll. Also das scheint interner gewesen zu sein. Wahrscheinlich aber auch noch andere Informationen. Was jetzt aber an den Infos so schlimm ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, vermutlich waren das nicht die einzigen interner. Nun aber zum Fall. Am 1. Oktober 2017 soll Stefan am Abend von der Arbeit gekommen sein. Er ist dann in die Straßenbahn der Linie 1 gestiegen und ist gegen 22.08 Uhr an der Haltestelle Könernitzstraße-Stieglitzstraße ausgestiegen. Und dann soll Stefan noch ca. 500 Meter gehabt haben, bis er an seiner Wohnung in der Eduardstraße 1 angekommen ist. Das war ein Mehrfamilienhaus, überwiegend sollen da auch Wohngemeinschaften gelebt haben. Als Stefan dann dort angekommen ist, wurde er gegen 22.15 Uhr von jemandem vor dem Haus angegriffen. Der Täter hatte ein Messer dabei und Stefan erlitt bei dem Angriff erhebliche Stichverletzungen am Hals. Und der Täter ging äußerst grausam vor. Er soll wohl sogar versucht haben, Stefan die Kehle durchzuschneiden. Das ist ihm aber nicht gelungen. Dann ließ er Stefan zurück. Und die Polizei und der Rettungswagen wurden erst ca. 6 Minuten später alarmiert. Das ist natürlich auch wieder viel Zeit vergangen bei einem hohen Blutverlust, nehme ich an. Er wurde dann schwerst verletzt in eine Klinik gefahren, verstarb jedoch am 2. Oktober 2017 dort, also nur einen Tag später. Und vor dem Haus in der Eduardstraße legten trauernde Angehörige Stefans Blumen und Kerzen nieder. Die Kripo und Staatsanwaltschaft hat dann einiges an Aufwand betrieben. Die Mordkommission Eduard wurde gegründet, es wurden Fahndungsplakate aufgehangen, fast 2000 Flyer verteilt, aber leider führte das zu keinem Erfolg. Auch schaute man sich natürlich die Aufnahmen aus der Straßenbahn an, in die Stefan eingestiegen war. Daraufhin veröffentlichte die Polizei Fotos von Personen, die mit Stefan in der Straßenbahn unterwegs waren. Daraus erhoffte man sich natürlich, dass sie vielleicht dabei helfen könnten, die Tat aufzuklären. Acht Frauen und sechs Männer wurden gesucht. Diese sind auch alle zusammen mit Stefan ausgestiegen. Vielleicht, so war die Hoffnung, haben sie vielleicht gesehen, dass Stefan verfolgt wurde oder es eine Auseinandersetzung im Vorfeld gegeben haben könnte. Alle 14 Fahrgäste haben sich dann auch tatsächlich gemeldet und wurden vernommen. Jedoch hat das die Polizei auch nicht weitergebracht. Auch suchten Taucher den nahegelegenen Karl-Heine-Kanal ab, auf der Suche nach der Tatwaffe, aber auch da wurden die Bemühungen scheinbar nicht belohnt. Es gab zahlreiche Hinweise und sogar 1800 Zeugenvernehmungen, aber eine konkrete Spur fehlt immer noch. Auch eine Ausstrahlung damals in der Sendung Kripo Live brachte die Ermittler nicht weiter. Die Polizei fragt sich bis heute, wer den Täter auf Stefans Heimweg gesehen haben könnte und Angaben machen kann, die man vielleicht aus Angst bisher verschwiegen hat. Oder konnte man sogar im Vorfeld Auseinandersetzungen zwischen Stefan und dem unbekannten Täter machen? Auch fragte man damals, wer Hinweise zum Lebensumfeld von Stefan geben könnte, wie zum Beispiel zum Freundesbekanntenkreis oder seinem Arbeitsumfeld. Natürlich stellt sich auch die Frage, ob es eine spontane Tat gewesen ist von einem, ich sag mal, Wahnsinnigen oder eine geplante Tat, wo man es vielleicht direkt auf Stefan abgesehen hatte und ein Grund dafür vielleicht im persönlichen Umfeld zu vermuten ist. Gerade die Schwere ja von Stefans Verletzungen könnte ja eventuell auch auf eine Beziehung zwischen Stefan und dem Täter schließen lassen. Aber auch ein Raubmord wäre vielleicht möglich. Am Anfang ermitteln 17 Beamte in dem Fall, drei Jahre später 2020 und vermutlich, weil kaum noch Hinweise reingekommen sind, verkleinerte sich die Mordkommission auf drei Beamte. Auch wurde eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt, aber auch die Belohnung brachte bisher niemanden zum Reden. Die Tat ist ja jetzt auch schon fast sechs Jahre her und man kann wirklich nur hoffen, dass sich es noch klären lässt, warum Stefan so schrecklich zu Tode gekommen ist. Polizei hält sich übrigens mit den Informationen auch sehr bedeckt, was das private Umfeld von Stefan angeht, sowie auch wie er zu Tode gekommen ist oder ob auch das Messer beispielsweise damals im Kanal gefunden wurde. Das wurde alles nicht veröffentlicht. Ob das allerdings in diesem Fall wirklich ratsam ist, das weiß ich nicht so genau. Aber es mag ja auch bei den ganzen Befragungen durchaus Hinweise gegeben haben, die man aber vielleicht bewusst zurückhält. Nur so gar nichts der Öffentlichkeit noch weiter mitzuteilen, halte ich ein bisschen für falsch, weil vielleicht würde man dann den Fall aufklären können. Aber die Ermittler haben da wohl ihre eigene Strategie. Ich denke, man hätte auch relativ zeitnah auch noch bei Aktenzeichen XY darüber berichten sollen. Vielleicht wäre da ja noch was bei rumgekommen. Aber bei Kripo Live hatte man das ja versucht. Aber da ist die Zuschauerquote ja längst nicht die wie bei Aktenzeichen XY. Übrigens gab es auch am 19. September 2017, das wollte ich euch auch unbedingt noch erzählen, also wenige Tage vor dem Mord an Stefan, in Leipzig schon einmal eine von einer unbekannten Person ähnlichen Fall. Ein 19-Jähriger wurde damals nämlich, als er ein Restaurant in der Windorfer Straße verlassen hatte, um sich auf den Heimweg zu begeben, angegriffen. Noch bevor er zur Straßenbahnhaltestelle in der Diesgaustraße gekommen ist, wurde er in der Schwarzen Straße auf Höhe der Haus Nummer 6 von einem unbekannten Täter angegriffen und auch wie Stefan auch eben schwer verletzt. Und der Täter flüchtete damals in Richtung Diesgaustraße. Ein Hundehalter hatte dann damals den Notruf abgesetzt und der 19-Jährige kam ins Krankenhaus. Es wurde damals aber erst mal keine Polizei eingeschaltet. Denn nach der Tat hielt sich der 19-Jährige für einige Zeit im Ausland auf und erst danach, als er dann wieder nach Deutschland kam, meldete er den Vorfall den Beamten, vielleicht auch, weil er den Mord an Stefan vielleicht mitbekommen hatte. Der Vorfall passierte übrigens im benachbarten Stadtteil Leipzig-Klein-Schocha. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ich habe übrigens auch länger überlegt, ob ich euch das überhaupt mitteilen soll, aber ich halte es schon für wichtig. Aber die Verletzungen von dem 19-Jährigen konnten ja nicht so schwer sein wie von Stefan, weil Stefan ja leider den Angriff nicht überlebt hat. Und auch habe ich lange überlegt, euch den Fall von Stefan vorzustellen, da er eben so wenig Infos bietet und der Fall eben sehr kurz werden würde, wie ihr jetzt ja auch merkt. Allerdings habe ich von diesem Fall noch nie was gehört und könnte mir vorstellen, dass es vielen von euch ähnlich geht. Dürft ihr mir sonst auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und auch die Fälle, die weniger Informationen bieten, sind es ja eben wert, veröffentlicht zu werden. Denn ich finde immer, kein Opfer sollte vergessen werden, egal wie kurz dieser Fall vielleicht auch mal ist. Ich werde vielleicht auch mal wieder Doppelfolgen machen oder Folgen mit drei, vier Fällen in einer Folge, wenn es eben nur extrem wenige Informationen dazu gibt. Und das war es dann leider auch schon heute mit dem kurzen, ungeklärten Fall von Stefan M. Schreibt mir, wie gesagt, gerne einen Kommentar dazu bei YouTube, bei Instagram, wie auch immer. Das würde mich mal sehr interessieren. Vielleicht kommt ja auch jemand aus dem Stadtteil, hat das damals mitbekommen und hat Informationen, die wir vielleicht nicht so haben in der Presse. Dürft ihr mir dann aber gerne mal privat schreiben, weil sowas dann ungerne in die Kommentare. Das wird natürlich von mir auch nicht veröffentlicht. Das ist dann nur so mein eigenes Interesse vielleicht, noch ein wenig mehr darüber zu erfahren. So, ihr Lieben, ich mache dann für heute mit der Folge Schluss. und sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Fall, eure Lia.